So hallo, willkommen zu der Trophäe Lieferung 100% beschädigt, also komplett kaputt. Dann nehmt den Auftrag an, dann sucht ihr euch eine Stelle aus, wie ich jetzt hier. Da fahrt ihr einfach zurück, dagegen, dann wieder vor, wieder zurück, dagegen und das ist so oft bis da unten oder mein Tacho, ist das Symbol normalerweise weiß und ihr müsst es so lang machen, dass es so aussieht, wie bei mir, komplett rot ist. Dann fahrt ihr einfach ans Ziel und dann habt ihr die Trophäe erledigt. Dann viel Spaß, euer Tommi bleibt gesund und munter.